so jetzt werden wir fehler suchen auf eine audi s6 4,2 benzine v8 jetzt geben wir eine zündung dazu so so try to shut in the auto hose hier motor system Fehler lesen. So, jetzt haben wir Zündkerzen getauscht, also jetzt werden wir mal löschen und dann eine Probefahrt machen und wieder anschauen, was das Gerät tut. So, das haben wir gelöscht, noch die Information lesen wir aus, 4,28, 4,2 V8, Entschuldigung, so. Machen wir noch einen Test. Da gibt es schon manche Probleme, also bei der Neuaufbau müssen wir alles durchchecken. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vergesst nicht, meine Video zu liken und auf den Channel abonnieren. Tschüss. 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 Tschüss.